Wie hoch war dein Chen? Nicht hoch. Hä? Der hat keine Ahnung wie du gelaufen bist. Ja, der denkt weiter. Also an der Binde. Da ist ein Keller drin. Felix. Da unten drin. Da hast du mich. Der sucht mich jetzt hier. Also wir können gerade Chen machen. Ne, ich dachte, er hört jetzt auf. Sucht mich immer noch. Also mein Chen ist so gut wie fertig. Geht jetzt wieder weg. Sägen. Ob er zu uns? Scheiße. Ja, ich hoffe das. Ne, nachher ist er hier. Und jetzt sägt er weg. Ja, es sägt immer noch. Ja, nö, immer noch hier. Guck, guck, guck. Sonder ist fertig. Oh, die Nacken. Hast du das gesehen? Er ist immer noch hier ein Double. Fuck, ja. Warte mal. Soll ich das heilen? Oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin hier von dir. Jetzt in der Küche. Was? Weißt du wo die Küche ist? In dem Haus, wo wir gerade waren. Was war das denn? Ich frag's mich auch. Was war das denn? Double bleibt mitten auf dem Feld stehen. Dreht sich immer mit dem Killer um. Und der Killer läuft direkt an ihm vorbei. Hä? Ja! Hat er etwas? Ne, hat er nicht. Oh Gott. Das wär ja immer geil. Double hast du solche Situation öfter? Nein? Nicht so extrem. Wo sind die Tore? Hier ist alles direkt. Machst du's auch? Ja. Sehr nice. Komischer Shit. Der fair kommt? Ja. Ich mach das Tore doch nicht auf, ne? Okay. Oh mein Gott. Ah! Ich renne. Ah! Bist du klar, Steffi? Nein! Oder doch? Mal gucken. Bist du im Keller gelaufen, oder? Ne, der ist oben bei dem Jen direkt vom Tor. Der kann den Spuren echt nicht folgen, ne? Ne. Das tut mir voll leid. Machst du's Tor auf? Ja. Wo ist denn das andere Tor? Machst du's Tor auf? Ja, mein Gott. Der kommt doch direkt auf mich wieder. Ist auf. Falls herkommt. Jo. Danke. Oh je. What the? Nein! No way. Krabbel. Jetzt heil. Krabbel, 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 krabbel. Krabbel, ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel. Ja! 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 Nein! Nein! Hahaha! Oh mein Gott. Hahaha! Hahaha!